In my shadow, you're lost in my mind, listen for me Aircrash, okay, tjuhu, machen wir mal einen Aircrash, die dir in die Todesflation erscheint, wenn du einen perfekten Lauf dorthin machst Perfekten Lauf, ich schaffe keinen perfekten Lauf, dafür bin ich so schlecht Ich glaube, da musst du oft trainieren Crash Bandico Meisterschaft Dein Ernst, er hat den Sprung jetzt nicht mehr geschafft Es Crash Bandico Meisterschaften gibt Sicherlich, oder? Schon viele dran gestorben, weil sie hier Dings gemacht haben, Speedruns Einmal gestorben, alles vorbei Konzentration ist weg Man möchte gerne trotzdem noch weitermachen und verreckt die ganze Zeit dann nur noch Dann nehmen wir auch noch mit Und wieder Yeah Okay Da durch Das ist ja eigentlich no problem Für einen Meister wie mich Oh, natürlich treffe ich nicht Natürlich treffe ich nicht Kann ich so dagegen fahren? Ja Einmal Und Warum treffe ich den nicht? So, geht doch Okay Ha Oh, scheiße Tschüss Kisten Oh Plattform war noch nicht da Die Plattform, die war weg Die Plattform, die war weg So, Nebferd, geh unter Und wir haben nochmal ein Bonus-Level Tschüss Hallo Bonus Bonus, Bonus Ich mach keine Bonus-Level mehr Bam, Bauchplatscher Bauchplatsch Oh, fast Bauchplatscher Boom Zack 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 Boom Bauchplatscher Oh, je Ich mag solche Sprünge Ja Den rechten Schneis Also Oh Gott Oh Gott Oh Ja Gemeistert Wir sind so gut Ab Ab und an nur 102 Kisten gibt's ja Willst du mich verarschen? Bin ernst Oh, guck mal Den hätten wir beinahe übersehen Das ist eine Todesplattform Ist das die Todesplattform? Die haben einen perfekten Lauf hingelegt, hä? Oh, je Oh, je Oh, je Ich habe Angst Okay Die geht runter Und dann geht die hoch Okay Sobald die runter geht Gehen wir weiter Passt Wow Das war Dezent Knapp Aus Du Scheiße Nein Das geht nicht durch Was? Ah Fuck Was mache ich jetzt hier Ich glaube Ich müsste echt hier Eine Cam anmachen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Eine Crash Bandicoot Cam Ich glaube Wird durch das Was man so oft Rage Und Ich glaube Bei keinem anderen Spiel War meine Wie lange braucht es Bis so hoch kommt Sonst Wartest du nie so ewig Man Oh man Oh man Das ist ja wahnsinnig Ich glaube es so oft war meine Land noch nie Am Gesicht Wo ich mir gedacht habe Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott WTF Oh mein Gott WTF Oh mein Gott So das haben wir geschafft So das haben wir geschafft So Plattform Okay Das haben wir auch Zack Okay Frage ist Ja Ja Nein 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 Ich hatte keine Möglichkeiten mehr Ich werde hier auch noch leben Ach deswegen die Todesplattform Weil man stirbt Ganz oft Nur deswegen Komm Plattform hoch Was war denn das jetzt wieder Ich stand auf der Platte Ich bin untergegangen Ich kriege gerade die Krise Diese Krise Diese Krise Diese Krise 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 Da wird einer sagen Crash Crash Bandicoat ist ein einfaches Spiel gewesen Ne Ich glaube nicht Ich frage mich über das früher Echt gespielt haben Waren wir da besser von der Profihaftigkeit her Oder waren wir Einfach Konzentrierter Oder Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Na genau Sterb an Sachen Das ist der Wahnsinn Ich habe keine Ahnung Hä 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 Ich war doch auf der Kiste Manchmal ist es gefühlt Ich bag voll rum Mein Gespräch Geht nicht dahin Wo ich möchte Crash Du wirst es Du wirst es wissen Todesplattform Wir wollen sterben Sehr oft wollen wir sterben Weil wir es können Nicht anders So Auf ein neues Okay Okay Oh Der Sprung ging beinahe daneben So abwärts So Das haben wir Jetzt haben wir unser Bildchen So Dann gehen wir einmal hier lang Dein Ernst Oh Die sehen aber Nicht nett aus Kristall Zack Bams Wir hätten gar nichts Level weiterspielen müssen Komischerweise Okay Ich sag nichts Wir haben es geschafft Das passt Und Amen Das ist alles gut Alles prima Ah da gibt es zwei Kristalle Okay Oder besser Zwei Edelsteine Zack Bäm 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 Mach den Roboter So Snacks Level Beer Mit einem süßen Bär Hallo Du kleiner Fränz Du bist du kleiner Du bist du kleiner Hallo Komm her Wollen wir kleine Bären sehen Oder werden wir uns Mama Bär auffressen Ich glaube eher zweiteres Renne an um auf Kosten der Steuerung mehr Tempo zu erreichen Danke Ja Ja Schön Hallo kleiner Bär Hallo Miss Renn Komm Miss Oh Gott Oh Gott Ich sehe wieder Böse Sachen die auf uns Kommen Irgendwelche Schilder wieder Die uns wieder alle Leben kosten Oh Gott Ich habe nicht die Kiste gekriegt Natürlich Aber lebe Weil lebe Guck mal Oh Willst du mich verarschen Willst du mich verarschen Ja Mann Da will ich euch verarschen Oder Feuer was Ich treffe die Kisten nicht Brauche die Kisten nicht Wer braucht die Kisten schon Wird die Kisten aber gerne Oh 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 Der arme Bär Der arme Bär Alter Vater Anstrengend Natürlich 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 Genau Probier Rüber Springen Ah Ich springe nur viel zu weit Ich weiß schon Die passt doch da gar nicht rein Oh Mein Gott Ihr wollt mich Stressen oder Stressen oder Wow Wow Danke Sehr nett Bär Oh 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 Tschüss Tschüss Durch Durch Natürlich Kriegt man hier alle Kisten? Gar nicht Oh 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 Hier kann ich alle Nitro Sachen zerstören Fürs nächste Mal oder? Für den nächsten Lauf 45 Kisten Gibt es hier noch Und die habe ich nicht gekriegt Ich bin so schlecht So schlecht Wenn ich jetzt da nochmal reingehe Ist das Nitro weg? Weil Das Nitro zählt nicht Oder zählt es nicht? Doch das Nitro zählt Oder zählt es nicht? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich interesse mich jetzt Boom Zack Ich gehe jetzt nochmal da rein Und schau mal Ob ich Vielleicht sogar Ich habe es Nitro hat auf die Kisten nachher gezählt Weil ich es kaputt gemacht Dann hat es ja hochgezählt Dann waren sie ja kaputt Okay Es zählt Also ich muss es kaputt machen Aber Ich muss die ganzen Kisten Treffen Ich habe leider nicht alle Kisten Geschafft Zeit will ich nicht gehen Schon habe ich es nicht Schon habe ich es nicht Weil ich gerade beenden Weil eine Kiste gefehlt hat Verdammt Scheiß drauf Ist mir So anstrengend Gott sei Dank brauchen wir die Edelsteine ja nicht Sieht ihr auch für die Trophäen Sammler Ganz nice Bär Wir sehen uns Crash 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 Ich gebe es auf Ich gebe es auf Wille Steine zu sammeln Ich gebe mein Bestes immer alle Kisten zu sammeln Aber es klappt nicht so Wenn man gerne hätte Also Verzeiht mir Verzeiht mir einfach Durch Rutsch kannst du einen Gefällchen Ist schneller Oh nein Oh nein Solche Level Das heißt immer weglaufen Oh nein Oh nein Was macht ihr mit mir Wow Mine Ich glaube wieder fast rein Weil es immer aussieht als müsste ich das einsammeln Ähm Ja Rob Oh fuck Oh scheiße Oh kacke Checkpoint Oh Okay Wurde ich fast gegrillt Aber nur fast Bin ich alles mit Oh 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 Ein zweiter Weg Ich laufe gerne da lang Ist die Frage Ist das der Hauptweg Nee Ach du scheiße Ha 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 Ups Und tschüss Ne das war Doch das war der Haupt Ne Das war nur Kisten sammeln Okay Gut Checkpoint Checkpoint Los geht's Ah crash nicht Oh man Oh man Das war's Wegen der Drecksmine Wegen dieser Drecksmine Diese Drecksmine Diese Drecks Fucking Mine So Minen Mehr Minen Nitro Und Wir sind Safe Der nächste Checkpoint Okay Nein 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 Alter Ah Warum Was das Schlimme dran ist Wenn du den Kristall Nicht kriegst Ja So bin ich wenigstens Weit weit weg Tschüss Der Stein muss ja weg sein Oder Nehme ich alles mit Ha Ein paar Äpfel nehme ich auch noch mit Oh krabbel 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 Zack Einmal hoch Und Uh Das nehme ich auch Das nehme ich auch Zack 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 Ah 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 Danke Sehr lieb von euch Und natürlich Haha Neh Alle Kisten Alle Kisten Alle Kisten Oh hab ich Wie viele Kisten Kann ich noch nicht gucken Und tschüss 57 gibt's ja 13 Kisten noch Oh Gott Ha Ha So Dann sind's Nachdem sind's Dann nur noch Ein paar Kisten weniger 7 7 an der Zahl Macht der Stein kaputt Glaube ich Hoffe ich Na Oh Wow Hopp So ist geil Ganz weit weg Von unserem schönen Stein Nein 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 Natürlich macht er den Die zwei Steine nicht kaputt Verdammt Bauchplatsche ging auch ins leere Aber egal wir haben es gemeistert Wir haben es gemeistert BAMS Aber trotzdem schade Schade Echt schade Aber was will man tun Da kann man einfach nichts tun Oh yeah Oh yeah Solange wir alles überleben Zack Bam 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 Ui So Der Eel Deal Das letzte hier Kristalle sammeln Kristalle sammeln Kristalle sammeln Dann hätten wir 10 20 muss ich insgesamt sammeln Hat er gemeint Sind es nochmal 15 Level oben drüber Oh mein Gott Je nachdem Oh nein Oh nein Ah ich kann durchs Wasser Ich denke doch schon Autsch Nein Den sieht man auch so gut Viel zu spät Hülle Ah Dafür sind die also da Kann man nicht kaputt machen Warum auch immer Okay Ha So Dein Ernst Mann Lasst mich Einfach hier Überleben Warte Nimm dir her Mann Elektroschocker Klingelingeling Ähm Aller Vater Nö Das tue ich mir nicht dann Okay Zack Abwärts Bonus Level Bonus Level Bonus Level Bonus Level Ein Bonus Level Für uns Bonus Level Bauchflatscher Ja Was das Zack 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 Ui Und das war's Mit dem Bonus Level Und hoch wieder 79 Kisten Ja Die ganzen Nitro Kisten Die es noch gibt Die ich hier nicht Aufgemacht hab Wow Das hat's wieder richtig Gerockt Okay Okay Mehr ist hier auch nicht Nitro Kisten Nitro Kisten Hier Kristall Ha Und Bachflatscher Wundermal Ähm Wo ist ich lang Ähm Doch dadurch Dein Ernst Dein Ernst Entpacking Pucking Ernst Wow Hunter Rutscht Gleich Geh in die Kiste Weil er 10 Kilometer Vorrutscht Dein Ernst Alter Vater Da habe ich eigentlich Nicht alles Muss ich nochmal Eines einsammeln Kiste 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 Bauchplatscher Die Frage ist Ich muss echt Den anderen Weg gehen Oder was Willst du mich natzen Okay Zack Weg mit dir Warum rennt er Zurück Der Wahnsinn Da rennt er einfach Knallhart zurück Und sagt Ja nö Spring in meine Stacheln Du Arsch Ach Gott Nervig Das war doch Scheißegal Scheißegal Ich will nicht Alles 100 Mal Einsammeln So Danke Oba So Weg mit dir Weg mit dir Und Zack Oba Und Mehr Und Mehr Und Noch Mehr Zwei Drei Wär So Mir egal Abwärts Ach du Kacke Ach du Kacke Ach du Kacke Daran kann ich mich Erinnern Ach du Kacke Checkpoint Und Nitro Alle weg Und an die Viecher Auch Auch Das war zu nah Das war zu nah Das sieht man nicht mal richtig Ob es zu nah war So Dann nehme ich wieder alle mit Die Frage ist Wie komme ich denn an ihm vorbei Nur so Ist die Äpfel Ist die Äpfel Ist die Äpfel Dankeschön Hier runter Danke Oh nein Oh nein Oh nein Weg Weg Ach du Kacke Ach du Kacke Wow 79 Yeah Bäm Sie haben alle Alle Kids Bäm Wenigstens Ein Erfolgserlebnis Oder Mindestens Eins Muss man ja haben Im Leben Gott sei Dank Gott sei Dank So Gib mir Die Kristalle Und so Hey 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 Das gibt's doch nicht So Boom Und Blablabla Zack Damn Damn Mach den Robomove Bam Bam Da gibt's Einen grünen Äh Edelstein Und Hallo 10 von 25 Kristallen Du bist auf dem Richtigen Weg Mir geht die Energie aus Was die Kommunikation Schwierig macht Du Du redest nicht mit mir Ich zähle auf dich So Kommo du Brothers Hey Hey Na Na du Na Huh Oh? Oh?